Die hast du doch, die hast du doch als Mädchen! Stimmt. So, Melvin, ich weiß nicht, ob ich das CO2 schon mal gefragt hab. Was? Wissen deine Eltern, dass du schwul bist? Ich kenn's schon. Scheiße. Ich muss jemanden finden, den ich das noch nie gefragt hab. Nee, ich kannte es schon, bevor du mich das damals gefragt hast. Ah, Mist. Melvin, vergess es. Los, ich will dich noch mal fragen. Nein, du hast mich schon Galactic Science dazu gefragt. Egal. Au! So, was war das? Ich sehe, dass du Schaden kriegst. Aber, Tyrox und Melvin, wie war das in Stranded? Noch kein einziges Modpack, wo ich jemals mit Pams Harmscraft alles an Essen hergestellt hab. Ja. Ob ich's hier endlich mal herstellen kann? Jedes Essen? Ja, wirklich alles. Jedes Essen? Nee, in Stranded hab ich auch nicht alles herstellen können. Nee, Eik. Warum? Weiß ich nicht. Ich muss das endlich mal schaffen, ey. Das ist so... Alter, es gibt Modpacks, die ich dann belohne, indem du extra Herzen bekommst für verschiedenes Essen. Ja, das kommt vielleicht. Nee, das hab ich bei Steampunk mit drin. Hm, vielleicht schaffst du's da. Äh, mal gucken. Oder hier. Ja. Das war heute weg. Ja, endlich. Wow. Brennt die Insel ab. Gute Idee. Äh, Leute, davon steht nichts in den Regeln. LoL. So, jetzt nur noch warten, da hab ich einen vollautomatischen Cobblestone-Gen. Jetzt. Ja, das Rezept ist drin. So, Tiefrezept für, äh, Blöcke. Das... Du musst jetzt weg wegen Mama und Papa? Ja. Ah ja, okay. Neunjährige muss eigentlich schon seit einer halben Stunde schlafen, aber okay. Vierzehn. Ja, gut. Und selbst sie müssen schon schlafen. Vierzehn. Stimmt, wir haben's noch gar nicht neunze... Wir haben's ja schon neunzehunddreißig durch, Melvin. Was ist los bei dir? Hä? Äh, es ist Nacht. Au! Äh, ich hab mein Bett nicht gesetzt. Egal. Nee, ich lieg nicht. Ich hab mein Bett schon mal gesetzt. Äh, ich hab... Ja, äh, bis zum Morgen, im Laufe des Tages. Ähm... Naja, ich hab alles nur auf Half-Slaps. Ich hab maximal nur einen einzigen Block, der über die Half-Slaps geht. Und da pflanze ich Bäume drauf. Äh, einfach ne zweitre Slap drauf legen, wenn er ein Blatt auf dem Bett kann, Mobs nicht spawnen. Nee, ich hab kein Bock, jetzt ein Bett zu bauen oder hinzusetzen, weil... Finde ich grad Sinn, was ich will... Nee, aber... Ich teile nur Tipps gerne, die ich, äh... Ja, klar, das mach ich ja genauso. Aber das ist alles Minecraft 1.0 wissen. Nee, es ist kein Standardrezept, dass du Slaps zu blocken, craften kannst. Das ist, äh... Trotzdem ist das, äh, äh, Minecraft 1.0 wissen, dass du einen Slap auf den Slap platzieren kannst, um einen Block zu machen. Nee, ich meine, im Inventar zusammen craften. Ja, im Inventar. Also wenn ich in die Kiste gucke, da hab ich tausende von Blöcke, aber ich will das Bett jetzt einfach nicht setzen, weil das dann scheiße aussieht. Ich bin auch schon am überlegen, ob ich mir überhaupt ein Haus baue oder ob ich alles so frei lasse. Keine Ahnung. So, ich hab jetzt Wasser und Lava. Ich brauch... Hat jemand Wasser? Ich hab Wasser. Einen Eimer voll. Das kriegst du aber nicht. Unendlich? Ja, ich hab unendlich Lava. Ach, Wasser. Äh, warte, dann... Stir... Ach, du Sch... Ich komm mich gleich mal zu dir. Bin... Ach, ich will dann was. Dann... dann füll ich noch mal kurz was nach. Ich... Däm... L... Weil das... das liegt ja bei dem, oder? Ja. Äh... 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 Stopp, 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 stopp. Ich hab auch... Oh, bei mir aus. Ach, man. Hat er wie schnell spawnt denn hier was? Das ist die einzige Fläche, wo überhaupt was spawnen kann. Dann... So... Das... Und das... Das, genau. Dann... Äh... Äh... Hallo, Eik, ich seh dich. Äh... Hi. Bin ich bescheuert? Äh, das Wasser läuft bei dir runter. Ne, ne, ich meine, ich hatte eben, äh, von Malvin was rausgenommen. Du kannst bei ihm nichts rausnehmen, er hat dich nicht getrusted. Achso, das stimmt ja. Ah, huah. Du kannst es bei mir aber nehmen. Ja. Äh, dafür bin ich grad zu vorn. Wohoho. Ne, ich bring dir ein Masse Wasser einmal gleich vorbei. Muss du nicht. Ich... ich hab jetzt selber Wasser. Äh... So, hier kommt die Lava hin. Lava muss ans Wasser ran kommen. Also, so... Nein, boah, der macht Standard. Ah, der Cubistone Generator. Oh, dann... Erstmal ja. Ich hab grad mal drei Broken Iron Erz. Ich hab noch gar nichts. So, und... So... Dann kann ich da nämlich die... Oh... Dann... So, die läuft bis hierher. Da kommt das Loch für was rein? Da die Lava raus, und dann läuft da da rein. Das... Ach, man üblich grau, ja. Aha. Hm. So. Aber egal, so. Das hier hinten bleibt frei. So. Äh... Der... Da... Da. Da... Was? Ich möchte hier meine Base bauen. Da... 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 Kann doch nicht mehr einfach machen. Sooo... So... 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 soo... So, ich verhole noch gleich. Oh, wow, es ist Marble drin, aber man kann Marble nicht bekommen. Warum? So. Irgendwie muss man das doch kriegen. Ne, es gibt kein Marble Rezept. Doch! Stone in Crusher schmeißen. Ah ne, warte mal. Das ist Kabelstone Marker. Hä? Bin ich bescheuert? Da ist Marble. Marble Essence gibt's. Ja, und dafür brauchst du Raw Marble. Und den kriegst du aus Marble Essence oder wenn du's schizzelst. So. Oh, Mystical Agriculture ist drauf. Cool. Mit den Schlangen nichts mehr zu tun. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Hallo. Gott, du bist voll. Ah. Ich brauch die eine Fackel hier oben. So. Wasser. Dahin. Jetzt hab ich das gute Tropenholz mitgenommen. Ich Idiot. So. Das wäre schön doof, wenn ich jetzt runter plumpse. Ja. Deswegen lass ich meine Lava mal lieber zu Hause in der Kiste. Das ist eigentlich normaler Block. Das ist der zweite Block. Das heißt, das kommt dahin. Ich weiß, wie ich am Abend komme. Dann dahin. So. So und so. Da. Das. Äh. Stopp mal. Ich bin jetzt total bescheuert. Hab ich das jetzt echt falsch gebaut? Nee. Nein. Ich muss hier nicht immer so. Rohrwürfe machen. Äh. Ich muss zurück. Bevor ich schön bauen kann, muss ich ins Beneath. Oh, bei mir ist ein Enderman gespawnt. So, den Thief brauch ich nicht mehr. Ähm. Was ist das? Standard Thief? Ha. Ich hab von Anfang an den Compressed gemacht. Nee. Ich geh gar nicht aufs Compressed. So. Und dort das hin. Und jetzt. Das kommt weg. Ich hab mich halt ernsthaft hier verbaut. Krass. Warte mal. Warum hab ich mich so krass verbaut? Warte mal. Wenn das jetzt ein ganzer Block ist, dann müsste... Boah. Geh bloß weg Enderman. Da reicht das doch um die Hälfte normalerweise aus mit Sätzen. Boah. Ich bin total. Ist mir zu scheißegal. Ist ja nur so lange wie hier das alles so geht. Ähm. So. Das kommt weg. Das. Und das. Dass mir nichts abbrennt. Dann das. Und das. Dass mir nichts abbrennt. Und das. Dann kommt. Dort das Wasser hin. Das Wasser. Und die Lava. So. Unendlich. Wasser. Und. Kuppelstohn. Ich hab das halt wirklich ein bisschen falsch gebaut. Ja. Es läuft bei mir. Scheiße. Ich hätte was im Internet bauen müssen. Ähhh. Ich baue mich jetzt hier ins runter. So. Oh ne. Hier ist ein Mesh. Das. Ach. Wow. Die Meshrezepte sind ja hier komplett anders. So. 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 Jetzt gehts ans Cuddleston. Formen. So. Die ersten drei. Da kann ich zu Ende bauen. Das Wenscht abfackelt. So. Äh. Da hinten was sind. Da was sind. Da was sind. Da was sind. Ja. Hier kann man jetzt gut formen. So dann machen wir uns ein paar Hammer, da ist noch einer, so und so, der hat dann, so dazu brauche ich, das, 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 gut, noch einen, der verbrennt, läuft bei mir. So, die sechste Kammer, ich brauche noch ein für Glas, so, das und das. Extra Bit Manipulator, okay. Was ist eigentlich dieser Mod Extra Bit Manipulator? Äh, Chisma Bits ist drauf. Ja, weil ich habe jetzt eben Couple Stone ins Crafting Feld gelegt und da kam so ein extra Bit Manipulator Block raus. Und der sagt mir halt gerade gar nichts. So, ich brauche noch mal Couple Stone. Äh, Chisma Bits sagt dir was? Ja. Es ist, äh, du kannst damit auch Rüstung herrschen und das ist ein Placeholder Block. Alles klar. Gut. Gut. Für die Rüstung. Ist halt ein schön so ein Bit's Add-on. Also richtig? Ja. Ja. So, ich baue mir jetzt eine von, ähhhhhhhhh, Pille Pille Teil die Progression den Cabestrigen generator tier 1 das da rein das heißt ich brauche das hier noch mal wasser ich sterbe fast am falsch an warum fällst du da ich mich immer hochbau mit dem cobblestone und das hammer warum baust du das hoch du kannst es auf deiner plattform verteilen und dann mit ohr excavation alles auf einmal klein machen ja mache ich auch die rox aber den cobblestone generator den ich mir jetzt kraftet den kennst du auch ja ja den habe ich ja auch schon echt seit allen takken schneller jetzt okay ich muss mir um die aufnahmen kümmern aber maven ist dafür dass er noch nie gespielt hat schon recht weit ich habe ihn auch ein bisschen was gezeigt also das habe ich schon gehört aber trotzdem bei ihm gibt es so langsam richtung ich schaff das ich krieg das sehen ich hau euch alle weg wollte die mich eigentlich in koppels in das einbauen es war nicht nett machen wir weiter warum ich konnte sie nicht davon abhalten natürlich nicht wahrscheinlich auch melvans idee nein ausnahmsweise mal nicht und das soll was heißen was heißt das jetzt keine ahnung 3 iron ore pieces läuft bei mir dass ich mir ach stimmt ich wollte ja kinkos das holz kommt dann lachen wir dich alle aus dann habe ich den ersten tod leute oder sagt dass ich dich töte ich baue block unter dir ab und du fällst den tod ja hätte ich bei maven auch machen können habe ich aber nicht gemacht warum weil du ein sozialer mensch das ist sehr schön nein das nicht und